Oh, er ist bei mir, er ist bei mir. Bushaltestelle, Jungs. Oh. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Leute, hilft mir! Ja, ja. Bushaltestelle, Mann. Oh nein, nicht sterben, nicht sterben. Oh, scheiße. Oh, shit. Ich bin das. Jo, der rennt. Oh, shit. Ich hoffe, Rico auch. Noch, jetzt bin ich da. Kann ich davon ausgehen, dass meine Waffe geladen ist? Ich weiß es nicht. Einmal Empty. We will hope, meinte... Acti... Acti... Tube? Keine Ahnung, sorry. Acti malaktiviert Acti... Genau. So, ich bin drauf. Ja, ich... Please wait, ne? Ja. Lass bei den Ruinen bleiben, glaub, ne? Oh. Ja. Vor allem, wo bist du, Alter? In den Ruinen? Ich seh dich nicht. Ach, die... Alter, geht's ja noch weiter. Weil, weil du... Krass, noch mehr Ruinen. Lass doch wieder nuscheln und stattern, ne? Sehr güzel. Wie hast du denn? Ich hab ne neue Schuhe gefunden. Gut. Was mal Baracken waren. Für Steps? Ja, wahrscheinlich meine, oder? Ach, da bist du. Ah. Ah. Ja, da musst du. Ja, ja, rechts, links, 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 links. Jetzt genau links. Ja, ja, ja. Ah. 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 Okay. Wir müssen hier leise sein. Es kann sein, dass Spieler in der Nähe sind. Alles klar machen wir. Geh mal einen Trauer im Clear den mal, ne? Ich, ich clear mal die Stadt. Wir schauen mal schnell in den Glitch. Okay. Hörst du mich noch? Ich hör dich noch auf jeden Fall, ja. Das ist irgendwie traurig. Lächeln. Okay. Ja. Ja. Kannst du ja machen. was genau das Hacken eigentlich bedeutet und was überhaupt möglich ist in Desi. Und was das genau bedeutet. Ich fühl mich gerade so, als würde ich dein Video gucken. Ja. Ja. So was würde ich dann machen. Ja, mach das. Ich möchte mir das anschauen. Ja. So ein Video sonst. Ich mach dann ein Video zu den Brunnen mit den verschiedenen Farben. Der Mythos um die Brunnen. Gelb oder Blau? Das ist hier die Frage. Gelb oder Blau? Berichtensfolge liegt in Svet ein Brunnen mit einer blauen Farbe. Dann zu einer Act X Musik. Die, 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 die. Ich kann die nicht. Du, 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 du. Wenn es ein Feind wäre nicht, wenn es Tim wäre, würdest du treffen, ja. Ist immer so. Möchte erwähnen, ich habe heute in Vibor, also einer war in Vibor und auf ungefähr knapp 300 Meter mit der SVD einmal kurz gewonklickt. Nice, Alter. ZACK! Nein, ich hab angeend. Aber trotzdem für mich ist es gut. Ich hab mal in Echerno einen gequickscoped. Mit dem Karabiner. No scope, Alter. Ich wär vorhin noch schön, wenn alle drei gleich sehen. Das ist vor uns Spiele. Ich dachte, das wäre ein Zombie. Vor uns ist einer, ja. Aber es ist halt ein Spiele. Ja. Wo denn? Direkt vor uns. Läuft er auf und zu? Ne, er rennt weg, er rennt weg zur Scheune. Hat der Equip? Ja, er hat eine Waffe in der Hand. Und einen roten Mountain, glaube ich. Ja. Oh shit. Was macht der denn da? D-d-d-d-d. Ach nee, jetzt wollte ich wieder Arctix, wo ich einspielen, die ich nicht kann. Ja, Content. Sch, sch, sch. Sch, sch. Ja. Hm? Was machen wir mit ihm? Die Jagd. Die Jagd. Überfallen. Ein, ein, ein klassischer Überfall auf dem Public. Das sollen wir mal danach machen. Meinst du, das klappt? Das, das mach ich immer. Ja, das klappt. Das klappt. Das klappt. Seitdem er hat eine AKM, da klappt es nicht mehr. Doch, doch. Ob er uns schon gespottet hat? Weil ich glaube, das könnte interessant werden. Wenn man direkt auf dem Public kommt. Wenn er ins Schwarze Haus geht, ne? Ja, ja, ist er, ist er. Hat der uns gesehen? Unsere Chance, Alter. Ne, anscheinend nicht, anscheinend nicht. Unsere Chance, Mann. Ich bin mega aus der Art. Bitte, bitte, bitte lassen looten, bitte lassen looten in dem Haus. Auf was für ein Server sind wir eigentlich? Können wir Deutsch sprechen? Nein, wir reden jetzt Englisch. Das ist viel, ähm, viel, viel, viel bedrohlicher. Ne, was? Äh, Tim spricht. Oder rennt er? Ich bleib beim Baum und eben auf dem Eingang. Er ist schon draußen, Jericho. What? Hinterm Haus schon. Er ist schon draußen. Alles klar. Links lang, da, da links hinten rennt er. G'siess ihn? Ja. Aber wir haben einen gut aufgeladen. Was soll ich dann sagen? Überfall, oder? Ich null immer auf 200 Meter. Wir, wir verfolgen ihn so lange, bis er nochmal irgendwo stehen bleibt und lootet, dass wir richtig schön, na, also von Weitem Überfall brüllen ist es glaube ich nicht gut. Nee, das ist Bullshit. Nee, nee, lass... Aber lass... Der ist einfach hinter Mügel auf uns wartet wahrscheinlich. Das ist wirklich safe, ne? Nicht, dass er uns entdeckt. Hey, hey, hey. Hey man, please drop your gun. Drop your gun, please. Come on. Don't turn around. Er hat sich umgedreht. Drop your gun. Get surrounded. Better drop your gun or you're gonna kill your... Der schi... Ich glaube, der schießt doch nicht, oder? Drei Leute schießen auf einen, der gehockt flüchtet. Lächerlich, Alter. Hast du ihn? Nein. Alter, du hast auf dem geschossen. Die Schüsse, wenn du schießt, sind bei mir rechts irgendwie. Ist voll komisch. Wo ist denn der hin? Küsste, küsste. In dem Wald, in dem Busch da. In dem großen. Oh, jetzt ist meine Munition wieder nicht auf der Quickleiste. Doch, ist noch recht. Warum geht der nicht nach? Oh, ich hätte auf den 100 nullen sollen. Fuck. Alter, wie ich den angeblich nicht treffe mit der scheiß Repeater. Wo ist der hin? Immer am Strand, glaube ich. Der liegt da, oder? Der liegt da. Achtung. Wo denn? Aber ich hinziehe da. Ist er aus Tschern, oder? Ist er umgefallen? Nein, der rennt. Ähm. Der liegt doch da. Ich glaube, ich habe ihn getroffen vorhin. Wo? Der liegt vor dir jetzt. Ja, ach doch. Ach, da war das Tim dahinter. Ach, ich habe ihn getroffen, Alter. Nice. Ja, nice. Sorry. Oh, der SKS. Darf ich mir das Necken der Hand gehen? Ja, klar, Mann. Äh. Alter. Äh. Boah, die sind mega gut, oder? Alter, äh, warte. Musi-Muni. Äh. Uh. Granate. Ah, Repeater schmeiß ich weg. Tschüss. Leute, wir looten alle zu dritt. Das ist mega scheiße. Äh. Äh. Ah, ich habe zu dir... Oh. Äh. Sorry. Ah, ich habe sogar SKS-Moden so ein bisschen. Hä, warte. Okay, unten habe ich das Küchenmesse. Hast du ihn vorhin auch getroffen, Tim? Ich glaube... Also, ich möchte auch erwähnen... Wenn nicht. Also, ich würde mich wundern, dass ich mit dem Repeater ihn auch nicht getroffen habe. Das wäre ziemlich krass. Also, ich weiß nicht. Also, auf jeden Fall... Wahrscheinlich ist er verblutet, oder so. Eigentlich war ich... Nein. So schnell geht das nicht. Obwohl, ich war eigentlich auch drauf. So schnell geht das nicht. Ich war eigentlich auch drauf. Also, er ist wirklich tot. Ja, er ist verdammt tot. Wenn du willst, kann ich ihm noch ein Headshot geben. War halt daneben, ne? Wie, ist er noch Uncantius, oder was? Ne, er ist tot. Uncantius. 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 Ich nenne das immer so. Uncantius. Ich weiß gar nicht mehr, wie das richtig heißt, ne? Uncantius. 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 Ja. Mal wieder einen Verwirrung, den sie... Geil, Alter. Warum der nicht... Aber das ist so typisch, weißt du, anstatt der nicht einfach interagiert, beziehungsweise kooperiert. Der hat einem drei Leute auf ihn, was macht er? Schießen und hockend wegschleichen. Das ist so... Statt einfach zu sagen, ja okay, gut, ich spiel mit. Das ist halt immer so eine Sache. Das ist aber dumm. Ich weiß nicht, was das... Ich weiß, es ist extrem dumm. Verstehe ich nicht. Und der hat nicht mal einen geholt, weißt du? Ich mein, ich stand so still, der hätte mich mal kurz... Ne, ich hab halt auch nicht verstanden, warum er so duckend weggelaufen ist und... Ich glaub, der war mit der Steuerung überfordert. Extrem, ja, mit armer Steuerung oder was. Mh. Und ich würde, wenn's geht, nicht... Sobald wir in der Stadt sind, vielleicht nicht mehr so krass sprinten ständig. Ne, ne, wir campen jetzt heute ein bisschen, würd ich sagen. Ja, weil wir dieses außer Atem-Ding, jetzt geht mir mega auf den Senkel. Ah ja, auf jeden. Kurva Anyat. Kurva Anyat. Kurva Anyat, ich geküsste lang entlang, Alter. Ach so, ne, gut, ja, okay. Ich hab bestimmt einer... Du, unten, oder was? Ja, ich geh unten lang. Alles klar. Da ist ein Spieler bei der Weberei vorne, ne, links. Okay. Oder Gerberei, oder wie nennt ihr das? Weberei. Das ist immer das Fake-Piano. Gut, Fake-Piano ist einer, der ist nach links weggelaufen, die Straße hoch. Okay, ich muss erst mal ein bisschen atmen, hier, ne? Ne, da kommt noch gegen. Ich seh' ihn, ich seh' ihn. Oh, hat er mich gesehen? Ich hab'n Zombie im Nacken, ne? Woll ich schießen, ne? Nein, ich mach schnell. Hat er uns gesehen? Gut möglich. Ne, ich denk' nicht. Aber er ist so komisch ins Haus rein jetzt. Oh, er ist bei mir, er ist bei mir. Bushaltestelle, Jungs. Oh. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Leute, hilft mir! Jaja, Bushaltestelle, Mann. Oh nein, nicht scherb, nicht scherb. Oh scheiße. Oh shit. Ich bin das. Jo, der rennt. Oh shit. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Alter. Hab ihn, kleiner Drecksack, Alter. Wie der einfach nur in sich selbst zusammengefallen ist. Alter, wie er da hockt. Die Schuhe nehm' ich, die sind geil. Oh. Leute, mein fucking Herz, Alter. Oh. Puh. Puh. Oh mein Gott, ey. Hat's jemand erwischt? Ja, mich ein bisschen. Okay, bin ich grad noch rechtzeitig gekommen, oder was? Mhm. Ja, ich hab die Situation noch ein bisschen. Weil, der ist mir ja direkt in die Arme gerannt. Ich wusste gar nicht, dass der hinterher rannt mit der... Der ist, der, der war ja ganz, ganz hinter mir. Der wusste, dass ich da bin. Der hat mich gesehen. War so mein Fehler. Boah, Alter. Gummio, ey. Also die Bushaltestelle muss ich immer noch sagen, ja? Man kennt mich mittlerweile als Bushaltestellen Luzi. Bushaltestellen Luzi? Die ist echt Hardcore Premium, ne? Jetzt im Moment scheiß. Wow. Siehst du? Ja. Hab, hab. Haha. Hab ihn, Alter. Okay. Also den Bambi kehren wir jetzt auch schon. Krass. Ja, das musste sein. Das ist mein Frust jetzt. Ohne P.U. Scope, man. Yo. Da das Tech ja clear ist. Hinter dem roten... Hinter dem roten Haus rannt ihr, ne? Da das Tech ja clear ist, können wir ein bisschen... War echt kein Bambi. Offensiv... Ja, siehst du? Das war doch kein Bambi. Ja, dann kann man es ja doch reinpacken. Ja, guck das an, Alter. Er hat Waffe gehabt sogar. WTF. One Hit, oder was? Repeater. Wir haben Muni für die Repeater, falls du willst. Hab ich ja nicht mehr. Ey, Mann, ich hab ne AK. Oh, lol. Stimmt, ey. Soll ich mal die Polizei stürmen? Woll... Ne, warte, stopp. Wollen wir mal die Polizei stürmen? Ja, gerne. Lol. Oh. Na dann, jetzt stürmen Ding. Jetzt stürmen Ding. Dann nehm ich aber meine Glock. Wenn das hier entziehen würde, ne? Warte mal, ich geh glaube ich in das Nachbarhaus. Falls jemand bei euch in die Police nämlich rein möchte, sehe ich das von hinten. Der Police ist clear. Ja, weißt du doch gar nicht. Hier ist abgeschlossen. Hier ist auf jeden Fall jemand drin, Mann. Bin, ja, drin. Oh! Oh! Wo? 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 Oben drin. Was? Eißt du oben drin? Zwiebeln ist rechts. Aber meine Jacke ist immer noch gut, Battle Dams. Ja, oben drin in diesem Raum, nach rechts. Bist du tot? Ne, ich bin noch voll am Leben. Lebt... Ist er tot? Aber... Ja, er ist tot. Oh, Alter sagt er doch. Alter, das... Das müsste man als erstes sagen. Ich lebe erst tot. Alles klar. Ne, ne, ne. Du, wenn ich lebe, dann ist er tot. Kannst du von ausgehen. Ja, aber... Du hast nur... Oh, 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 gemacht. Ich hab nichts gecheckt. Ja, Mann! Ich bin erschrocken und er hat die AK nicht hochgenommen. Das... Da ist er aber nicht alleine, Alter. Ist unten clear? Bambi, oder wat? Bambi, oder wat? Hey. Hello, my friend. Friendly. Hello. Hello, my friend. Hello. Oh, das war der Bro von dem Typ da. I killed your friend. Das Experiment? Ich leg dir ne Winchester hin. Nein! Beko? Ist sie geladen? Ja. Ja. Was? Meinst du, der schießt? Bist du eigentlich verrückt? Meinst du, der schießt? Ah, loaded. Sorry. Loaded, yeah. Ich mein, drei Leute lassen ihn noch leben. Meinst du, der zieht ne geladene Waffe und knallt die Leute ab? Wahrscheinlich... Ähm... Ja, ich hab... Komm mal raus, Lucid, aus der Ecke, lieber. Wahrscheinlich... Also... Ich mein... Ich hab seinen Freund umgebracht. Echt? Das war der... Ja, das sind die gleichen Clan-Typen. Ach, Rico, Alter. Alles klar. Wieso machst du das? Ich wollte Action. Ach so. Ich wollte mehr wie... Drop gun, please. Drop gun. Drop gun. Ich wollte mehr wie nur auf der Straße stehen und nicht abschießen. Ja, super. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat, Alter. Hast du mir grad fast in den Kopf geschossen? Ja. Backhouse. Oh, da hat's grad gepiekt. Lol, du bist... Du bist aber ihm. Er ist tot. Lol. Ist er tot? Hast du ihn? Ja, er ist tot. Ja, ich hab ihn. Nice, Alter. Nimm die Waffe weg. Äh, wer ist vor der Police? Äh, niemand. Von uns. Police ist einer rein. Police ist einer rein? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er erquippt war. Ich guck mal. Wahrscheinlich den du... den... den du gekillt hast. Ja, ja, ja. Ich denke auch. Ist ne Waffe da oben? Shotgun hab ich nicht... ...geladen. Ich glaub, der hat auch keine Munition. Woah! Was war das denn? Hilfe! Das war die Shotgun. Der ist wieder in dem Raum. Der ist wieder in dem Raum. Warum? Er ist wieder da drin, ja. Bei der Police. Steppst den Police? Ja, ja, ja. Wer steppt? Ich, ich, ich. Will ich ne Granate reinhauen? Nein, nein. Ich bin da oben, Alter. Er kommt runter. Nein, ich zieh jetzt genau auf die Tür. Er guckt, ist er tot, Mann. So ist der Plan. Kommt ein Zombie zur Police? Passt auf, Mann. Ich hab leider nur ne Mosin. Soll ich nur... Soll ich nur umbringen? Ja, klar. Der... 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 Ja, warte. Lass schnell die Jacke hier, weil sonst wird die noch kaputt, ne? Ich glaub das war's, ne? Ja. Ach. Okay, nice. So. Also hier liegen jetzt nochmal zwei Leichen. Guck mal, da war voll equipped der Typ. Wieso sind da zwei? Wieso ist der voll equipped? Zeps? Ja, du liest ich. Unknown. Und... guck mal, noch so'n Russen-Typ. Sorry. Sorry. Wir sollten die Waffen entladen, Alter. Ja, nimm... hier, der hat noch ne Glock dabei. Wir müssen alles entladen. Social Experimenter, Alter. Alter, was ist denn das für ein Gulli-Deckel, bitte? Ja. Ja, Russki. Mal Ninja Turtles, jetzt springen wir da rein, oder? Hahaha. Das geht nicht. Nein, jetzt stirbst du gleich. Wunsch, wunsch, wunsch. Wunsch, wunsch. Wunsch. Wut? Wut? Kann du, please, speak English with me? Nee, nein. Niet. Arrugje. Wunsch. Kurva. Wunsch. Wunsch. Kurva. Wunsch. 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 Ja, super. Wie hoje. Ja. Das ist echt nicht schön, das Mikro, ne? Was macht denn der jetzt so? Daran weg. So ein Typ hat doch irgendwie null Überlebenschancen, oder? Wenn der jetzt auf andere Leute trifft. Ja. Ja, wir sind viel zu nett. Und der steht halt rum, redet irgendwas Russisches und das war's. Soll Mosin, wer war das? Weiß ich nicht. Könnt ihr mir sagen. Was nicht, du? Wo ihr seid? Krankenhaus hinten. Warte, fuck, das ist so close. Vom Krankenhaus, vom Krankenhaus. Nimmt, wo ein Krankenhaus oben. Echt? Mhm. Dann holen wir uns. Warte, bei der Feuerwehr. Hallo? Nein, nein. Oh fuck! Nein, nein. Feuerwehr nicht. Da hat jemand auf mich geschossen, bei der Feuerwehr. Oh scheiße. Ich versuche wieder zurückzukommen, hier ist viel zu riskier, Leine. Bist du beim Brickhaus? Was? Nein, nein. Boah, warte, Alter. Warte, ich muss hier die Musik ausmachen, Alter. Der krassen Haus zu oben ist natürlich einer, dann bei Luzin, bei der Feuerwehr, ne? Ja. Aber auch alles, äh, Sniper. Warte, ich komme auch gleich. Oh Gott, wo die Flashback hinwirft, fliegt. Oh Gott, ich weiß ich gar nicht wissen, Alter. Okay. Ist ich schon noch gegangen? Ja, ja. Okay. Der, der hat sich gerade bandagiert. Ich, ich komme rein jetzt. Ja, komm rein vorne. Bin da. Wo, wo bist du? Ja, ja, ja. Mal hier. Unten ist keiner mehr. Weiß ich nicht. Ne, safe. Ich pass mal auf. Oha. Du bist so schnell, du bist so schnell. Ganz oben hast du gesagt. Warte, 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 warte. Ja, das war dumm. Das war echt dumm von mir. Und? Das war echt dumm von mir, Alter. Ich hab ihn. Nice, Alter. Du hast ihn? Ja. Ja. Oder musst du aufpassen bei der Feuerwehr? Oh, ne. Oh, fuck. Was denn? Das war hinter mir. Feuerwehr. Oh, Gott. Ich werd sterben, Mann. Der ist hinter mir, der ist hinter mir. Okay, warte, ich komm raus. Wo bist du? Äh. Fuck. Äh. Ich kann dir entgegen. Ich kann dir entgegen. Ich kann dir entgegen. Alter. Feuerwehr Hauptstraße hoch, oder was? Ja, ja. So in der Richtung, ja. Ich glaub grad Hauptstraße runter, Feuerwehr. Wir sind so ein bisschen im Industriegebiet. Fuck. Safe alles. Das bist du, ja? Der ist hinter mir. Der verfolgt mich wahrscheinlich. Ich camp da irgendwo. Kannst du überraschen. Warte mal, ich kann mich hier stehen. Du kannst dich nicht gut überraschen, ne? Hm, ich seh ihn leider nicht. Äh. Ja, gut. Zombie-Akko. Und Rico die 74. Oder? Wie bitte? Die AK-74. Ähm. Es lag alles so da, wie es da rumlag. Also ich hab... Rico passt auf, an der Mauer ist ein Bambi. Hinter dir. Ich komm rein. Leute, da... Ach du kommst ins Krankenhaus? Ja. 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 Bist du auch da? Ja, ja. Bin es ich? Ich bin's. Oh. Warte mal. Wo ist... So meine Leiche könntest du nicht looten, ne? Ich konnte mit der Leiche nichts machen. Da hat es eine geladene Mosin... Äh... Ist das einer von euch hier? Warum ziehst du auf mich? Ich war mir grad nicht... Ich war mir grad hundertprozentig sicher. Ach. Oh, da... Da ist ein fully equipped der Spieler, ähm... Direkt bei dem Container... Erzielt. Bei... Bei... Er steht einfach nur da. Direkt bei dem Container. Ja, das seh ich. Der da. Der rand weg. Ja, da hinten. Ach shit. Ist aber ein Problem, ne? LOL. Äh, Leute! Guck mal. Stopp. Alter! So ein Idiot! Was hat denn da so Plon gemacht? Weiß ich nicht. Ich hab keine Munition mehr. Der... Der hat mit der Axt geschlagen. Äh, Tim. Äh, mit der Pig-Axt. Warte mal, dann... Du hast keine Munition mehr. Für die SKS, ne? Hier ist die Glock. Äh, ich hab Glock, danke. Glock hab ich mit mehreren Max. Ich hab, ähm, nur noch 6 im Schuss oder so. Für die SKS. Richtung Tech. Oh! Ja, stimmt. Oh, Mann. Ich hab hier wieder diesen... Doppel-Repetier-Bug. Ich hab grad diesen Ziel-Bug ein bisschen, ne? Alright. Wo ist der voll-equipped? Alter, es leckt hier so hart. Hier löscht ein Typ ein Gawker hin vor mir rum. Ich bin das. Ach, das bist du. Ey! Warum kann ich nicht mehr mit der Mosin spielen? Ich war mal so gut mit der, Alter. Der hat einen grünen Rucksack gehört uns und der mit dem Hut, der kreuzig quer läuft, ist ein Bambi. Genau. Hinten ist grad die... Hinten ist grad die Tür aufgegangen. Wo? Die... Die... Große rote Tür. Lass mal da hingehen. Ach, die hier, okay. Boah, es leckt so hart, Alter. Ich hab grad keine Frames mehr, ne? Ich mein, das sind doch nicht so nice. Da kommt gleich ne Armee auf uns zu. Da kommt gleich ne Armee auf uns zu. Die Tür ist aufgegangen. Ja. Da... Ja, da hinten war grad was. Oh, hier sind Spieler rein. Was? Ich kann die nicht abschießen, ne? Oh, nein. Lächerlich. Ja, Server down. Nur Server lag. Oder Server lag. Wahrscheinlich Server down, ne? Oh, lol. Okay, ich bin Ultra Hit. Was? Was ist denn? Oh, pass auf, pass auf. Alter, was ist hier los? Ja, guck. Ultra Server lag. Als Zecke würde stürmen, oder was? Aber nach dem Essen. Ja. Wollen wir noch mehr essen? Hm, nee. Ich glaube, wir werden hier sterben. Eine Dose hol ich mir noch ein. Dann sterbe ich, wenn ich sie mit vollem Magen. Warte, ich hol mir noch... Ich hol mir noch... Über Sneaky weißt du, ich will gar nicht wissen, wie uns alles hört gerade. Ja. Let's go. Let's go. Na. Ah, das ist gleich innen auf. Jetzt wollte ich gut rauslaufen, aber... Na. Also, was geht jetzt hier? Ich will erst mal gegen die Tür rennen. Hm. Was ich für unglaublich gute Frames habe, das glaube ich gar nicht in Schär noch. Echt? Ja, bei mir ist es nicht so nice. Was? Bei mir geht's gerade. Oh, anderer Seite der Wand. Ähm, atmet jemand. Lol. Yo, voll equipped. Oh. Lol. Ich hab... Ich hab... Ich hab mit der Glocke gerade so. Ich bin unconscious. Sieht ihr mich neben dem Gebüsch links? Warte. Hä? Hä? Wie bin ich jetzt gestorben? Ich weiß es auch nicht. Ich wurde übelst von AK beschossen gerade. Hä, was ist das denn für ein Server? Luzi, kannst du mich bitte heilen? Wie? Hast du eigentlich killed? Jaja, den AK-Typen, der hier sitzt. Oder zumindest AK... Ich weiß nicht, ob der tot ist. Keine Ahnung. Da war noch ein anderer Volokypter, der stand da auch rum. Ich hab... Ich hab ihn auch gesehen. Hä? Kannst du mich kurz bandagieren, bitte? Was... Was für ein Busch? Auf... Ja, da wurde grad bis unten durchkriechen. Einmal durch den Schlitz, bitte. Bei der Mauer. Lol. Oder... Das hab ich jetzt in anderen gesehen. Okay, warte. Jetzt ist wieder jemand zurückgerannt. Okay, gut. Einmal durch den Schlitz kriechen. Genau, der lieg ich. Und da im Gebüsch liegt der, den ich... Ich hoffe, der ist tot. Sieht tot aus. Alter, mach doch schneller, du... Einem, du fahr... Welch... Ich bin in dir, Alter. Oh Gott. Ja, da ist ein Spieler vor dir hinterm Gebüsch. Ne. Ja. Ja, wahrscheinlich hat er getroffen. Hm. Ja. Ja, muchesser. Saal詞griffe. Ja, duyoufige acaba. Ja, du ses settings. Ja. Voroku我也 mismo. lar WHO ja auchomicach. atoora. ich hätte mich Mayo ou ich bin.